Moin Moin und herzlich Willkommen aus dem Lager des Fußballregisters Neustein Kiel. Mein Name ist Andreas Geidel. An meiner Seite, und da sind wir natürlich ganz besonders stolz drauf, präsentieren wir heute den neuen Kapitano der Störche, Marlon Krause. Marlon, September 2013 bis September 2014, fast ein Jahr genau, verletzungsbedingt gefehlt. Dann dieser riesen Flow, den ihr gehabt habt mit dem dramatischen Finale in München. Jetzt die Wahrheit zum Kapitän. Diese Achterbahnfahrt ist ja sensationell. Ist das jetzt die größte Wertschätzung deiner relativ jungen Profikarriere? Ja, es freut mich sehr, dass ich jetzt der Kapitän der Kieler Störche bin. Ich hatte natürlich ein Scheißjahr, ein Seuchenjahr, aber das hat mich stark gemacht. Und ich glaube, dass ich jetzt der Kapitän bin, das freut mich, das kann ich nur wiederholen. Probiere mit der Verantwortung, die mir jetzt zugetraut wird, sehr, sehr gut umzugehen und werde mein Bestes geben. Und ich glaube, dass ich das sehr, sehr gut verkörpere. Da gibst du gerade das Stichwort, wie wirst du denn deine Rolle interpretieren? Bist du jetzt der Kummerkasten für alle Sorgenkinder im Kader oder wie darf man sich das vorstellen? Nein, der Kummerkasten nicht. Wir haben keine Sorgenkinder in der Mannschaft. Wir sind eine sehr, sehr nette, gute, homogene Mannschaft. Und ja, ich probiere das zu verkörpern, wie es die letzten Jahre Rafa gemacht hat. Ja, einen guten Draht zwischen der Mannschaft und das Trainerteam zu haben. Und ja, immer ein offenes Ohr für die Mannschaft haben. Du gibst ja dauernd Stichworte. Jetzt das nächste schon. Am dritten Spieltag steht Rafa Katzio mit Werder Bremen 2, auch mit der Kapitänsbinde dir im Mittelkreis gegenüber bei der Seitenwahl. Hast du dir da schon einen Spruch ausgedacht? Eine Wette oder sowas? Rafa fahr wieder nach Hause oder sowas? Oder sowas in der Richtung? Oder wie darf man sich das vorstellen? Na, ich freue mich, dass Rafa am dritten Spieltag gleich herkommt mit seiner neuen Mannschaft Bremen 2. Irgendeinen kleinen Schubser von mir wird er natürlich kriegen und ich von ihr natürlich auch. Wir verstehen uns super und ich freue mich einfach drauf. Kann ich mir gut vorstellen. Wir freuen uns schon mal auf den ersten Spieltag am kommenden Sonnabend gegen Mainz 05-2. Was erhoffst du dir denn am Sonnabend? Ja, wir erhoffen uns, dass zahlreiche Zuschauer ins Stadion kommen und dass wir natürlich die drei Punkte bei uns lassen. Bestes Schlusswort, mehr kann man gar nicht sagen. Wir drücken natürlich wie immer jetzt speziell wieder, wo der Punktspiel statt, losgeht die Daumen. Mal einen schönen Tag für das nette Gespräch und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao, tschüss. Es geht es. S kurz, bis zum nächsten Mal. Wir werden bei uns einmal auf dem Spieltag zum Spieltag mal. Wir sollen die Untertitelung machen, wenn wir hier mal zurückfehlen ещё, Wir müssen hier auf einmal auf einmal vorlegen. Wir wollen nicht auf einmal anhmen, aber wir würden, dass wir die Zeitung noch nicht nachher stehen.